Hallo Leute, hier ist der Abi. Willkommen zu der ersten Episode von... Ich mache meinen eigenen 3D-Animations-Kurzfilm. Heute werde ich als erstes mal erzählen, worum es in diesem Animationsfilm überhaupt gehen soll. Also im Groben, weil ihr solltet ja eigentlich auch noch mitentscheiden. Also die Haupthandlung wird natürlich wieder eine gut gegen böse Story sein, so im Stil von der Justice League, der Avengers, aber mit Figuren, die eigentlich sehr, sagen wir mal, untypisch für diese Genre sind. Es wird hauptsächlich darum gehen, dass diese Figuren sich quasi zusammentun müssen, um die Welt vor ihrem Untergang zu bewahren. Einer dieser Figuren wird sein, der Weihnachtsmann, auch wenn das Video nicht vor Weihnachten fertig wird. Okay, dann der Osterhase, Zahnfee wird dabei sein und der Sandmann. Das ist die Kerngruppe, so habe ich es mir vorgestellt und ich möchte auf jeder Fall noch einen Anti-Held mit einfügen, da dachte ich mir, The Grinch und der Feind jetzt sein, der Mann im Mond. Vielleicht sagt ja der ein oder andere, hmmm, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von den Julian Ban und bisschen noch von den Hüter des Nichts. Die erste Phase wird sein, da ihr schon mal die grobe Idee kennt, dass ich bei jedem Video, was jetzt als nächstes kommt, alle Charaktere euch mal nach und nach präsentieren werde. Wie gesagt, Kritik oder Verbesserungsvorschläge oder Ideen eurer Seite sind erwünscht. Ich hoffe, dafür ist euch angesprochen, lasst mir doch gerne ein Like in dem Video da, teilt doch auch gerne dieses Video, damit dieses Projekt auch natürlich eine Zukunft hat, weil gemeinsam, nicht einsam heißt hier die Devise, würde mich gerne freuen über konstruktive Kritik, über deine Idee und natürlich über ein Like. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, bis zum nächsten Mal, dein Abi. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.